Guten Tag miteinander, ich melde mich für ein neues Video. Und zwar wurde gewünscht, dass ich mal demonstriere, wie man das mit der String-Formatierung hinbekommt. Also der Hintergrund ist, im Super League-Projekt gibt es hier im Data-Verzeichnis diese Vorlage, table.txt, und sie sollen einen Output produzieren, der dann ungefähr so aussieht. Und was hier wichtig ist, die Felder sind alle rechts angeordnet. Das ist gerade bei Zahlen wichtig, damit man die verschiedenen Stellen schön untereinander hat und so die Zahlen auf den ersten Blick einfach vergleichen kann. Der Name des Vereins könnte man natürlich auch linksbündig anordnen, wäre vielleicht sogar schöner. Das überlasse ich Ihnen. Die Frage ist aber, wie man so etwas bewerkstelligt. Und dazu habe ich diese Repository vorbereitet, String-Formatting. Und ich werde das jetzt einmal klonen. Ich mache Visual Studio Code auf. Clone Repository. Und ich lege das mal hier bei mir lokal ab. Und öffne das gerade. So, Sie sehen, es gibt dann dieses Projekt String-Formatting. Ich akzeptiere das mal. Jetzt wird dieser VS Code-Opner generiert. Also gibt es dieses Projekt String-Formatting. Und das hat folgende Klassen drin. Zuerst eine Table-Row. Das ist einfach, ähm, repräsentiert eine Tabellenzeile. Hat einen String für den Team-Namen drin. Einen Integer für die Anzahl Tore. Und einen Integer für die Anzahl Punkte. Und noch eine unnötige Leerzeile. Die ich jetzt lösche. Weiter hat dann diese Klasse einen Konstruktor, der diese drei Eigenschaften akzeptiert und ablegt. Im Programm CS kann man das dann so verwenden. Also Table-Row, FCL gleich New Table-Row, FCL Luzern. Dann die Anzahl, muss ich nachschauen. Anzahl Tore und Anzahl Punkte. Also ich erstelle hier drei Table-Rows, FCL, FCB, GC. Mit den jeweiligen Angaben. Ich könnte eigentlich hier noch irgendwo, ähm, die Zahl so verändern, damit man nachher sieht, dass das mit den Stellen, mit einer unterschiedlichen Anzahl Stellen auch funktioniert. So. Dann als weiterer Klasse habe ich die Table. Und die hat eigentlich nur eine Liste von Table-Rows drin. Das ist aber privat. Und der kann man einfach Table-Rows hinzufügen mit Add-Row und dann intern wird es in der Liste abgelegt. Das hat den Vorteil, dass diese Liste gekapselt ist und man sie durch eine andere Implementierung austauschen könnte, bei Bedarf. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass ich dann hier so eine Table-Class machen kann und die einzelnen Zeilen hinzufügen kann. Ich habe jetzt alle drei Zeilen drin und möchte das mal auf die Konsole ausgeben. Schauen wir, was dabei passiert. Ich mache es mal über das Terminal, sieht ein bisschen schöner aus. Das ist .NET Run Project String Formatting So, und da kommt jetzt natürlich nichts Sinnvolles raus, sondern ein String Formatting.table ist halt der Klasse-Name, der qualifizierte Klasse-Name mit dem Namespace. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich aus dieser Datenstruktur einen Output erzeugen, der die Anforderungen erfüllt, Punkte Formatierung und Ausrichtung. Am besten macht man das, indem man die ToString-Methode überschreibt. Also Public Override ToString wird mir schon vorgeschlagen. Ich Return drücke, habe ich da schon eine Implementierung. Aber diese Implementierung nützt uns nichts. Darum geben wir einfach mal einen leeren String aus, oder besser Hello oder so etwas, führen es erneut aus und sehen dann den Effekt. Ja, sieht Hello ausgegeben. Also das Programm gibt da die Table aus und dieser Output wird automatisch dann delegiert an die ToString-Methode und hier gebe ich halt Hello zurück. So, das Ganze wäre mal aufgesetzt. Jetzt wollen wir natürlich da nicht einfach Hello ausgeben, sondern etwas Sinnvolles. Wenn ich einen grösseren String zurückgeben möchte, ist es oft sinnvoll, den nicht einfach mit Plus zu verketten, sondern das mit einem Stringwriter zu machen oder einem Stringbuilder. Ich mache mal ein String-Writer, nenne den Output, fange mit einem leeren an. Könnte man auch etwas abkürzen, mit aktuellen C-Sharp-Versionen. Ich schaue noch mal, damit es funktioniert. Write line, ich schreibe eine Zeile hinein, schreibe wieder Hello und mache Return Output, rufe es mal explizit, tue String aus, auf und lasse es wieder laufen. Hello mit einem Zeilenumbruch, weil ich Write line aufgeruft habe. Wunderbar. So, jetzt möchte ich eigentlich die richtige Tabelle ausgeben und ich schaue mal in die Table Raw. Ich habe ein Team, Goals und Points. Also geben wir diese drei Spalten auch aus. und statt Hello mache ich jetzt einfach mal Team, Goals und Points als Titelzeile. Dann kopiere ich das und ja, wir wollen noch eine Separatorzeile haben. Mache die mal gleich lang. Kann das also wieder ausgeben. Ja. Funktioniert. Und jetzt kommen die einzelnen Zeilen. Ich habe die hier in Rows abgelegt und darum kann ich einfach über die iterieren. Table Raw, Row, in Rows. Und das mache ich jetzt mit jeder Zeile. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt in Row selber eine ToString-Methode implementieren, welche sich um die Ausgabe kümmert. Die Idee mit dieser formatierten Ausgabe ist aber, dass sie eine bestimmte Breite hat. Und dass die Ausgabe genau so aussieht, damit sie in die Tabelle passt, ergibt nur im Kontext dieser Klasse Table Sinn. Also die ToString-Methode hier kann man auch implementieren. Aber ich finde es jetzt konzeptionell schöner, wenn wir uns hier drin um das kümmern. Okay, machen wir es mal ganz einfach. Output.WriteLine Die Frage, was geben wir da aus? Und eine neue Version von C-Sharp bietet mir diese String-Interpolation. Kann ich ein Dollarzeichen vorne hinschreiben und dann in geschweiften Klammern direkt meine Felder auswählen. macht eben erst ein Space Row.Goals Row.Points So, mal schauen, wie das aussieht. Es funktioniert technisch, sieht natürlich nicht schön aus, weil ich ja ganz unterschiedliche Längen der Vereinsnamen habe und darum die Goals und Points ja nicht schön ausgerichtet sind. So, wie löse ich jetzt dieses Problem? Dazu gibt es zwei Mechanismen. Gehe mal in den Browser zurück. Einerseits das sogenannte Composite Formatting. Dabei kann ich mehrere Felder, also mehrere Variablen angeben, die ausgegeben werden sollen und vorne einen Format-String, wo ich die mit einem nullbasierten Index referenziere. Dann habe ich einen Doppelpunkt und kann hinten noch Formatangaben machen. Hier ist das mit dem Index erklärt und hier Alignment kann ich nach einem Komma kann ich mit minus 20 oder mit positiven Zahlen, hier 5, kann ich Sachen links- und rechtsbündig ausgeben. Also mit minus linksbündig, also ohne Vorzeichen rechtsbündig. Hier wieder die Indexes. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, zusammen mit String Interpolation, also mit diesem Dollarzeichen, muss ich nicht so mit dem Index referenzieren, ich kann es direkt reinschreiben und dann hinten nach einem Komma kann ich dann auch wieder diese Angaben machen. Also hier mit String Interpolation ist dieser Mechanismus eigentlich auch integriert. Ich verlinke dann diese Artikel, können Sie das in Ruhe anschauen, aber so viel muss man ja gar nicht wissen. Ich fange jetzt einfach mal an, das umzusetzen. Also fangen wir vielleicht hier unten an. Jetzt haben wir gesehen, das Team ist ja recht lange, ich zähle jetzt nicht die Zeichen, aber ich glaube, Cross-Oper-Club Zürich ist der längste String, also der längste Teamname, den ich habe. Und jetzt wollen wir den mal links anordnen, mache ich ein Viertelskomma und dann sage ich Minus für links angeordnet und nehmen wir mal 30 Zeichen. Was man machen könnte, ist, man könnte alle Teams durchgehen, schauen, welcher String der längste ist und dann diese Angabe übernehmen. Aber das ist optional. Man kann einfach eine genug grosse Angabe nehmen, die für die meisten Fälle funktioniert. Also schauen wir uns mal den Effekt davon an. Jetzt habe ich hier wunderbar links angeordnet und 30 Zeichen wird gesperrt und dann geht es weiter mit der nächsten Angabe. Hat geklappt. Jetzt überlegen wir, ob wir das oben hier auch machen können, damit Goals und Points entsprechend nach rechts geschoben wird. Also hier haben wir keine Stringinterpolation, sondern hier können wir das machen, einen anderen Mechanismus, das Composite Formatting, wo wir einfach die Strings, die wir tatsächlich ausgeben, hinten als Parameter mitgeben und vorne mit dem Null-basierten Index referenzieren. Okay. Also jetzt ersetzen wir mal Team, schieben wir hier als Parameter nach hinten und sagen hier, der erste Parameter mit dem Index 0 natürlich und dann mache ich auch minus 30. Jetzt schauen wir, ob das klappt. Wunderbar geklappt. Jetzt habe ich Teams alle schön untereinander natürlich, weil es am Anfang ist und alles, was dann folgt, schön nach hinten geschoben. Also das hat geklappt. Machen wir bei den Goals weiter. Jetzt ist die Frage, ja hier, wo man das so ausführlich hinschreiben muss mit 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Man könnte da vielleicht G schreiben oder ich habe glaube ich Plus verwendet in der Table. Aber lassen wir es mal so. Und jetzt wollen wir das rechtsbündig anordnen. Das heisst kein Minus. Die Frage ist, wie viele Stellen? Nehmen wir mal 5, weil Goals auch 5 Stellen hat. Es ist natürlich keine 5-stelligen Zahlen hier geben, aber wir orientieren uns an der Titelzeile. Goals wandert wiederum nach hinten als Parameter. Und hier sage ich dann der erste Parameter, der rechtsbündig mit 5 Zeichen angeordnet. Führe es wieder aus. Wunderbar, hat alles geklappt. Also Goals hier rechtsbündig angeordnet, alles schön untereinander. Jetzt noch Points, letzte Parameter. Und hier machen wir wieder das gleiche. Und unten ebenfalls wieder mit 5. Am Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Points ist 6 Zeichen lang, darum nehme ich hier mal 6. Und hier ebenfalls. Schauen wir, ob das funktioniert. Referenziere hier wieder Goals statt Points. Müsst ihr hier das 2 nehmen. Dann sollte es klappen. Wunderbar, hat geklappt. Jetzt sehe ich auch hier Points. Hier hat es nur eine einstellige Zahl. Wird auch schön rechtsbündig angeordnet. Und alle Spalten sind wunderbar untereinander. Den Separator String müsste ich vielleicht noch ein bisschen länger machen. Vielleicht gibt es auch schönere Varianten, den aufzubauen. Aber das ist nur ein Detail. Es muss nur eine optische Separation bestehen. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja, so kann man den String formatieren, beziehungsweise eine Tabelle ausgeben mit Spalten. Und ich möchte Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. So, dann haben Sie das zur Verfügung und können das mal sprechend ausprobieren. String formatting table. Hier ist alles, was Sie wissen müssen. Ich denke, die anderen Tabellenspalten finden Sie dann selber heraus. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.